Der Allmächtige Gott sagt, wenn die Menschen lebendig gewesen werden und Zeugnis für Gott ablegen und von Gott anerkannt werden wollen, dann müssen sie Gottes Errettung annehmen. Sie müssen sich Gottes Urteil und Züchtigung bereitwillig unterwerfen und zur Rechtsstützung und Umgang bereitwillig annehmen. Nur dann sind sie in der Lage, die von Gott verlangten Wahrheiten in die Praxis umzusetzen. Und nur dann erlangen sie Gottes Errettung und werden wirklich zu lebendigen Wesen. In den Veranlagungen normaler Menschen gibt es keine Falschheit oder Artist. Sie haben eine normale Beziehung zueinander. Sie sind nicht eigenständig und ihre Leben sind weder mittelmäßig noch dekadent. So ist Gott auch unter allem erhaben. Seine Worte breiten sich unter den Menschen aus. Die Menschen leben in Frieden miteinander und unter der Obhut und dem Schutz Gottes. Die Erde ist mit Harmonie erfüllt, ohne die Einmischung von Satan. Und Gottes Herrlichkeit ist unter den Menschen von größter Bedeutung. Solche Menschen sind wie Engel, rein, lebhaft, beklagen sich nie über Gott und widmen all ihre Bemühungen allein Gottes Herrlichkeit auf Erden. Amen. Gottes Worte zeigen uns, die Disposition eines normalen Menschen enthält weder Selbstsucht noch Hinterlist. Gottes Auftrag, aufrichtig anzunehmen, mit anderen im Einklang zu arbeiten und seine Pflicht nach besten Kräften zu tun, ist das Mindeste, was ein Mensch können sollte. Ja, das stimmt. Ich lebte nach satanischen Philosophien wie jeder für sich und übertrifft der Lehrling den Meister, verliert er seinen Unterhalt. Ich war selbstsüchtig und hatte nichts vom Abbild eines Menschen. Erst als ich das Urteil und die Züchtigung von Gottes Worten erfuhr, änderten sich meine satanischen Dispositionen. Dank sei Gott. Ich möchte meine Erfahrungen teilen. Gerne. Ja. Im Juni 2018 stieß Bruder Zhang zu unserem Team. Wir übten die Pflicht zusammen aus. Damals dachte ich, ich übe diese Pflicht nun schon eine Zeit lang aus, also verstehe ich die Prinzipien und habe bereits Ergebnisse erzielt. Vielleicht verlasse ich dieses Team, um anderswo mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich muss Bruder Zhang schnell auf das nötige Niveau bringen, damit er Aufgaben übernehmen kann. Ich begann, ihm die Grundlagen zu vermitteln, die ich in meiner Pflicht gelernt hatte. Drei Monate später stellte ich fest, dass Bruder Zhang alles im Grunde begriffen hatte und dass er sehr schnell Fortschritte machte. Ja, an dem Punkt begann ich, mich bedroht zu fühlen und dachte, Bruder Zhang hat sich in seiner Pflicht so schnell verbessert, wird er mich nicht überflügeln, wenn das so weitergeht. Wenn der Leiter davon erfährt, gibt er ihm sicher eine wichtige Stelle. Als mir dieser Gedanke kam, dachte ich, nein, ich muss Dinge zurückhalten. Ich kann nicht mehr alles, was ich weiß, mit ihm teilen. Ab dann, wenn ich merkte, dass Bruder Zhang bei der Arbeit Probleme hatte, gab ich ihm nur oberflächliche Tipps, behielt mein ganzes Wissen aber für mich. Mir war bewusst, dass es nicht richtig war, so zu handeln. Aber dann dachte ich an das alte Sprichwort. Übertrifft der Lehrling den Meister, verliert er seinen Unterhalt. Wie sollte ich mich gut präsentieren, wenn er im Rampenlicht stand? Er durfte mich nicht übertreffen. Bei der weiteren Zusammenarbeit gab ich Bruder Zhang auf jede seiner Fragen nur eine Teilantwort und behielt den Rest für mich. Kurz darauf besprach der Leiter mit Bruder Zhang eine wichtige Aufgabe. Ja, als ich von diesem Umstand erfuhr, begann mein Herz wie wild zu rasen. Ich dachte, ich bin um einiges länger im Team als Bruder Zhang. Warum spricht der Leiter nicht mit mir? Bin ich nicht so gut wie er? Ich habe ihn doch ausgebildet. Aber jetzt ist er, der Goldjunge, und ich werde an den Rand gedrängt. Er steht im Rampenlicht und ich nicht. Wenn ich ihm weiter Dinge beibringe, lernt er dann nicht noch schneller? Wenn er eine wichtige Stellung bekommt, wer schaut zu mir auf? Ab dem Zeitpunkt wollte ich Bruder Zhang, wenn er bei der Arbeit auf Schwierigkeiten stieß, nicht mehr helfen. Unsere Fortschritte litten darunter, dass diese Dinge nicht rechtzeitig gelöst wurden, was die Kirchenarbeit verzögerte. Ich fühlte mich etwas schuldig und unwohl, aber reflektierte nicht über mich. Eines Tages fing plötzlich meine Achsel an zu jucken. Es wollte einfach nicht aufhören. Selbst eine Salbe half nichts. Am nächsten Tag tat mein Arm so weh, dass ich ihn nicht mehr bewegen konnte. Ich erkannte, dass dieser aktuelle Zustand kein Zufall war. Also trat ich im Gebet und in der Suche vor Gott. Ich sagte, Während meiner Andacht fielen mir diese Worte Gottes ein. Wenn du nicht bereit bist, alles zu geben, was du hast, wenn du es versteckst und gerissen vorgehst. Das war für mich wie ein Weckruf. Ich hatte wieder nach Ruf und Vorteilen getrachtet. Aus Angst, dass dieser Bruder mich überholen würde, also war ich bei der Arbeit nie ehrlich und wollte mein Wissen nicht teilen. Gott warnte mich mit diesem Leiden, damit ich über mich reflektierte. Das stimmt. Dann lasse ich diese Passage von Gottes Worten. Ungläubige weisen eine verdorbene Gesinnung auf. Wenn sie anderen Fachwissen oder eine Fähigkeit beibringen, glauben sie an die Vorstellung, übertrifft der Lehrling den Meister, verliert er seinen Unterhalt. Sie glauben, dass niemand mehr zu ihnen aufsieht und sie ihren Status verlieren, wenn sie anderen alles beibringen. So wollen sie ihr Wissen, zum Teil behalten, nur etwas davon weitergeben und halten Tricks parat. Sie glauben nur so, ihren Lehrerstatus klarzustellen. Wissen stets zurückzuhalten, was für eine Disposition ist das? Es ist Arklist. Glaube nicht, dass du es recht gut machst oder dass du keine Informationen zurückhältst, nur weil du allen die oberflächlichsten und grundlegendsten Dinge erzählst. Das reicht nicht. Manchmal erklärst du vielleicht nur ein paar Theorien oder Dinge, die die Menschen wortgetreu verstehen können. Aber Neulinge können rein gar nichts von dem Wesentlichen oder den wichtigen Punkten verstehen. Du gibst nur einen Überblick, ohne ausführlich zu werden, während du dir denkst, na ja, ich habe es dir gesagt und nichts absichtlich zurückgehalten. Wenn du es nicht verstehst, bist du von zu geringem Kaliber. Wirf es nicht mir vor. Wir müssen sehen, wie Gott dich jetzt führt. So eine Absicht des Tintel ist. Ist sie nicht selbstsüchtig und gemein? Warum kannst du die Menschen nicht alles in deinem Herzen lehren und alles, was du verstehst? Warum hältst du Wissen zurück? Das ist ein Problem mit deinen Absichten und deiner Disposition. Amen. Amen. Gottes Worte offenbarten meine Situation. Ich wollte ihn meine Fähigkeiten nicht lehren, um meines Rufs und meiner Stellung willen. Ich fürchtete, dass er den Dreh rausbekommen und mich abhängen würde und dachte, dass der Schüler den Lehrer ersetzen würde. Ich war zu selbstsüchtig, verachtenswert und hinterlistig, weil ich immer alles zurückhielt. Ja. Ja. Ich dachte an den Zeitpunkt, als Bruder Zhang zum Team stieß. Als ich ihn einwies, war mein Ziel, dass er schnell Teamarbeit übernehmen könnte. Dann hätte ich ihm meine Pflicht übergeben, denn ich hatte gehofft, eine wichtigere Rolle zu erhalten. Aber als ich sah, wie schnell er Dinge lernte und dass der Leiter ihn schätzte, machte ich mir große Sorgen. Ich fürchtete, dass er mich früher oder später übertreffen und verdrängen würde. Ich wollte ihm mein Wissen nicht mehr vermitteln. Wenn ich wusste, dass er bei seiner Pflicht auf Schwierigkeiten stieß, wollte ich ihm nicht helfen, wodurch sich die Kirchenarbeit verzögerte. Ich merkte, dass ich meinen Ruf und meine Stellung schützen wollte, ohne die Arbeit von Gottes Haus zu bedenken. Ich war selbstsüchtig und betrügerisch. Ja. Hätte Gott mich nicht durch dieses Leiden zeitig diszipliniert, hätte ich noch immer nicht reflektiert. Dann las ich diese Worte Gottes. Seit du glaubst, isst und trinkst du Gottes Worte. Du hast sein Urteil, seine Züchtigung und die Errettung durch ihn angenommen. Doch wenn deine Handlungsprinzipien und die Richtung deines Verhaltens sich nicht verändert haben, wenn du genau wie die Ungläubigen bist, wird dich Gott dann als Gläubigen anerkennen? Das wird er nicht. Er wird sagen, dass du noch immer den Weg der Ungläubigen gehst. Daher musst du, egal ob du deine Pflicht erfüllst oder dir Fachwissen aneignest, stets den Prinzipien folgen, nach der Wahrheit handeln und praktizieren. Du musst die Wahrheit anwenden, um Probleme zu lösen, um die verdorbenen Dispositionen aufzulösen, die in dir offenbart wurden, und um deine fehlerhaften Vorgehensweisen und Gedanken abzulegen. Du musst sie ständig überwinden. Zum einen musst du dich selbst prüfen. Hast du dabei eine verdorbene Disposition entdeckt, musst du sie auflösen, bändigen und aufgeben. Wenn du nicht mehr nach deinen verdorbenen Dispositionen handelst und wenn du deine Motive und Interessen loslassen kannst und nach den Wahrheitsprinzipien praktizieren kannst, nur dann tust du, was jemand tun sollte, der Gott wahrhaftig folgt. Du musst das Wesentliche und die Hauptpunkte dieses Fachwissens nehmen, die Dinge, die andere nicht verstanden oder erkannt haben, und sie den Menschen mitteilen. Damit sie alle ihre Stärken anwenden und somit noch zahlreichere, tiefgründigere und ausgereiftere Dinge verstehen. Wenn du all diese Dinge beiträgst, werden sie den Menschen, die diese Pflicht erfüllen und dem Werk von Gottes Haus dienen. Die meisten Menschen verstehen bei Fachwissen zunächst nur seine buchstäbliche Bedeutung. Aber wenn es um das Wesentliche geht, verstehen sie dieses erst nach einer Zeit der Übung. Hast du diese Punkte verstanden, teile sie mit. Lass die Menschen keinen Umweg gehen, der Zeit in Anspruch nimmt. Es ist deine Verantwortung. Es ist, was du tun solltest. Nur wenn du ihnen mitteilst, was du für die Hauptpunkte und das Wesentliche hältst, hältst du nichts zurück, und nur dann bist du nicht egoistisch. Amen. 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 Aus Gottes Worten erkannte ich, dass ich mich auf die Selbstreflexion konzentrieren und nach der Wahrheit streben musste, um meine satanische Natur zu überwinden, meinen unrichtigen Gedanken zu entsagen und in meiner Pflicht mit Brüdern und Schwestern im Einklang arbeiten zu können. Jedem von uns fehlt so viel, ob in der Wahrheit oder in unserer Arbeit. Ja. Wir müssen Gemeinschaft darüber halten, was wir verstehen, ohne etwas zurückzuhalten und einander helfen und unterstützen. Machen wir so alle Mängel wett, sind Umwege unwahrscheinlicher. Genau. Dank sei Gott. Dass ich im Vergleich zu Bruder Zhang ein wenig fähiger war, war gänzlich Gottes Güte. Ich hätte Gottes Willen bedenken, meine Selbstsucht abschütteln und ihm alles beibringen sollen, was ich wusste, damit er seine Pflicht gut ausüben könnte. Das ist, was Gott gewollt hätte. Amen. Amen sei Gott. Als ich das erkannt hatte, trat ich eilig im Gebet vor Gott, bereit, meinen unrichtigen Gedanken zu entsagen und nicht mehr nach meinen satanischen Dispositionen zu leben. Später ging ich auf Bruder Zhang zu und redete mit ihm über meinen Zustand. Ich ging auch auf meine satanischen Dispositionen ein und ich teilte mit ihm die wichtigsten Punkte meiner Fähigkeiten. Dank sei Gott. Als ich begann, so zu praktizieren, fühlte ich mich um einiges wohler und der Juckreiz verschwand, ehe ich mich versah. Dank sei Gott. Danket Gott. Als ich das durchgemacht hatte, dachte ich, ich hätte mich schon verändert, aber die satanischen Dispositionen waren tief verwurzelt. Als sich die richtigen Umstände ergaben, ließ ich dieses Gift wieder zum Vorschein treten. Im März 2019 wurden Bruder Zhang und ich zu Kirchenleitern gewählt. Zu Anfang arbeiteten wir gut zusammen. Ob Probleme innerhalb der Kirche oder andere Schwierigkeiten, wir strebten nach der Wahrheit, um sie zu lösen. Aber dann hörte ich, wie in der Kirche jemand sagte, Bruder Zhangs Gemeinschaft über die Wahrheit ist praktisch und er übt die Pflicht verantwortungsvoll aus. Das zu hören, wühlte wieder meine Gefühle auf. Und ich dachte, wenn Bruder Zhang mich übertrefft, dann bleibt mir bald gar keine Würde mehr. In allen unseren Arbeitsgesprächen im Anschluss darauf wies ich ihn nur auf Fehler und Mängel hin. Die Lösungswege hingegen behielt ich immer für mich. Wenn er mich manchmal um Hilfe bat, biss ich nur die Zähne zusammen und warf ihm einen Knochen hin. Aus Angst, dass er die Probleme selbst lösen würde und ich nicht glänzen könnte. Ich erinnere mich an ein Mal, als er Brüder und Schwestern in einer schweren Phase unterstützte. Er fürchtete, dass seine Hilfe ohne die richtige Gemeinschaft nutzlos wäre, also bat er mich um Rat. Doch meine Ansicht zu dem Zeitpunkt war, dass wenn ich alles sagen würde, was ich wusste und er sich mit den Problemen befasste, die Brüder und Schwestern zu ihm aufschauten, was würde ich dann bei der nächsten Gemeinschaft sagen? In dem Moment dachte ich, nein, ich muss mir etwas für die Gemeinschaft aufbewahren, damit sie sehen, dass ich der bin, der besser Probleme lösen kann. Ich gab Bruder Zhang nur einen kleinen Überblick, ging aber nicht ins Detail und sagte nichts wirklich Wichtiges. Da ich meine Selbstsucht verbarg und nicht alles, was ich wusste, mit ihm teilte, miete ich Bruder Zhang bei unserer Arbeit absichtlich. Wir sprachen weniger über Angelegenheiten als vorher. Manchmal fühlte ich mich richtig schuldig und dachte, indem ich meine Pflicht so ausübe, arbeite ich nicht harmonisch und daran würde Gott sich nicht erfreuen. Aber dann dachte ich, wenn er mich übertrifft, dann werden alle zu ihm aufschauen. Ich wollte die Wahrheit nicht mehr ausüben. In jener Zeit war ich dauernd so unnachgiebig und Gottes gerechte Disposition kam über mich. In meinem Kopf drehte sich alles permanent. Meinen Gemeinschaften fehlte es an Licht. Meine Pflicht war fruchtlos. Abends döste ich weg und schlief sehr früh ein. Ich fühlte mich auch immer unwohler. An dem Punkt wurde mir klar, dass Gott von mir gegangen war. Und dann bekam ich Angst. Ich trat eilig im Gebet vor Gott. Nach dem Gebet lasse ich diese Passage von Gottes Worten. Bis die Menschen Gottes Werk erfahren und die Wahrheit erlangt haben, ist es Satans Natur, die das Kommando übernimmt und sie von innen heraus beherrscht. Was beinhaltet diese Natur im Einzelnen? Warum bist du zum Beispiel selbstsüchtig? Warum schützt du deine eigene Position? Warum weist du so starke Emotionen auf? Warum findest du Gefallen an diesen ungerechten Dingen und am Bösen? Worauf gründet deine Vorliebe für solche Dinge? Woher kommen sie? Warum akzeptierst du sie so freudig? Mittlerweile habt ihr alle verstanden, dass der Hauptgrund dahinter Satans Gift in dir ist. Was Satans Gift ist, kann vollständig in Worten ausgedrückt werden. Wenn du zum Beispiel Frevler fragst, warum sie Böses getan haben, werden sie antworten, es gilt doch, jeder für sich und den Letzten holt der Teufel. Diese Redensart drückt die Wurzel des Problems aus. Satans Logik ist zum Leben der Menschen geworden. Sie tun für diesen oder jenen Zweck Dinge, aber sie tun es nur für sich selbst. Jeder denkt, es gilt jeder für sich und den Letzten holt der Teufel. So sollte man für sich selbst leben und sich eine gute Position sichern. Jeder für sich und den Letzten holt der Teufel. Das ist das Leben und die Philosophie des Menschen. Und es repräsentiert auch die menschliche Natur. Genau diese Worte Satans sind das Gift Satans. Und wenn Menschen es verinnerlichen, wird es zu ihrer Natur. Die Natur Satans wird durch diese Worte enthüllt. Sie geben sie wieder. Dieses Gift wird zum Leben der Menschen und die Grundlage ihrer Existenz. Und die verderbte Menschheit wird seit tausenden von Jahren ständig von diesem Gift dominiert. Amen. Gottes Worte zeigten mir, dass ich nicht anders konnte, als mich selbstsüchtig und verachtenswert zu zeigen. Denn Satans Gifte und Philosophien wie jeder ist sich selbst der Nächste und den Letzten holt der Teufel waren meine Natur geworden. Allerdings. Ich hatte sie für positive Dinge, für geltende Lebensregeln gehalten und dachte, dass Menschen so leben sollten, dass wir uns nur so schützen. Deshalb wurde ich immer verachtenswerter und dachte nur an mich. Ich fürchtete, dass Bruder Zhang in unserer gemeinsamen Pflicht besser sein würde als ich. Wann immer wir also über die Arbeit sprachen, sprach ich Dinge nur oberflächlich an, tat das Nötigste, ohne meine Erkenntnisse mit ihm zu teilen. Wenn Bruder Zhang Probleme bei seiner Pflicht hatte und mich um Rat bat, ging es mir nicht um die Arbeit von Gottes Haus. Ich würde in der Kirche nicht mehr glänzen, wenn ich ihm alles beibrachte. Mir war klar, dieser Ansatz war falsch, doch ich half ihm trotzdem nicht. Ich erkannte, dass ich meine Pflicht nicht nach Gottes Willen oder für die Arbeit von Gottes Haus tat, sondern alles galt meinem Ansehen und Status. Das war unglaublich selbstsüchtig und hinterlistig von mir. Ja. Wenn meine Pflicht auf diesen Giften Satans beruhte, wie konnte ich Gottes Führung und Segnungen erlangen? Ich dachte, indem ich niemandem beibrachte, was ich wusste, wäre ich der Beste der Kirche und alle würden mich schätzen. Doch je mehr ich zurückhielt, desto dunkler wurde mein Geist. Ich verlor Gottes Führung. Selbst das, worin ich gut war, konnte ich nicht mehr tun. Mir fielen diese Worte des Herrn Jesus ein. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er hat. Durch diesen Vers verstand ich Gottes gerechte Disposition. Ich dachte nach und erkannte, dass nur Gottes Führung und Erleuchtung mir ermöglichten, Probleme bei meiner Pflicht zu erkennen und dass ich ohne die Führung von Gottes Worten blind war. Ja. Unfähig zu verstehen und Probleme zu lösen. Aber mir fehlte es völlig an Selbsterkenntnis. Und ich hielt die Erleuchtung durch den Heiligen Geist für meine eigene Fähigkeit. Wollte ich nicht Gott Seine Herrlichkeit berauben? Gott blickt in die Herzen der Menschen. Ich wusste, wenn ich weiterhin selbstsüchtig sein würde, würde ich von Gott verschmäht und beseitigt werden. Ja. Bei dem Gedanken trat ich schnell im Gebet vor Gott und sagte, Amen. Danach lasse ich diese Worte Gottes. Tu nicht immer Dinge für dich selbst und bedenke nicht ständig deine eigenen Interessen. Denke nicht über deinen Status nach, über dein Ansehen oder über deinen Ruf. Berücksichtige auch die Interessen der Menschen nicht. Denke als höchste Priorität erst an die Interessen von Gottes Haus. Nimm auf Gottes Willen Rücksicht. Überlege als erstes, ob du bei deiner Pflicht unrein warst, ob du alles getan hast, um treu zu sein, um deinen Verantwortungen nachzukommen, ob du innig über deine Pflicht und das Werk von Gottes Haus nachgedacht hast. Du musst an diese Dinge denken. Erwäge sie oft und du wirst deine Pflicht mit Leichtigkeit erfüllen. Wenn du dich als egoistisch und unehrenhaft enttarnst und dir dies bewusst wird, solltest du die Wahrheit suchen. Wie entspreche ich dem Willen Gottes? Wie können alle von meinem Tun profitieren? Lege erst deine Interessen ab. Gib sie deiner geistigen Größe nach. Langsam auf. So wirst du sie bald vollständig abgelegt haben. Und du wirst dich immer standhafter fühlen. Je mehr du deine Interessen ablegst, desto mehr fühlst du, dass du Gewissen und Verstand haben solltest. Ohne selbstsüchtige Motive wirst du spüren, dass du ein aufrichtiger Mensch bist und du handelst, um Gott zufriedenzustellen. Du wirst spüren, dies lässt dich würdig sein, Mensch genannt zu werden und dass du, indem du so lebst, eine offene, ehrliche und aufrichtige Person bist. Mit reinem Gewissen und dem würdig, was Gott dir schenkt. Je mehr du so lebst, desto standfester und heiterer wirst du. Hast du dich somit nicht auf den richtigen Weg begeben? Amen. Als ich das las, verstand ich. Ich musste daran denken, die Arbeit von Gottes Haus zu unterstützen, um meine Pflicht gut zu tun und wie ich sie mit größter Verantwortung tun könnte. Gott konzentriert sich bei der Pflicht auf unsere Einstellung. Er hofft, dass wir ihm mit ehrlichem Herzen begegnen, dass wir unsere Pflicht gut ausüben und dass wir Menschen mit Gewissen und Menschlichkeit werden. Amen. Als ich seinen Willen verstand, sprach ich ein Gebet zu Gott und sagte ihm, dass ich bereit war, meine Selbstsucht loszulassen und dass mein Handeln der Kirche und dem Leben der Brüder und Schwestern nutzen soll. Dank sei Gott. Danach sprach ich mit Bruder Zhang und erzählte ihm von meinen selbstsüchtigen, hinterlistigen Motiven. Wir strebten auch gemeinsam nach der Wahrheit über die Probleme der Arbeit, um sie zu lösen. Ich hielt Gemeinschaft über alles, was ich wusste. Dank sei Gott. Als ich auf diese Weise praktizierte, spürte ich solch einen Frieden in mir. Es war wunderbar, so ein offener und ehrlicher Mensch zu sein. Wie wahr, so zu leben ist wundervoll. Mein Zustand besserte sich und ich sah Ergebnisse bei der Pflicht. Auch wenn meine selbstsüchtige Denkweise ab und zu noch aufkam, wenn ich daran dachte, wie ihn das anwidert, trat ich im Gebet vor ihn und gab mein falsches Denken auf und wünschte mir, nach seinen Worten zu praktizieren. Amen. Dank sei Gott. Nach dieser Erfahrung spürte ich, dass die Ausübung der Pflicht nach satanischen Dispositionen und mit Satans Giften uns nur immer selbstsüchtiger, verabscheuenswerter und egoistischer macht. Ja. Wir verlieren unser Abbild eines Menschen gänzlich, fügen uns selbst Leid zu und können nicht mehr mit anderen zusammenarbeiten. Zudem schadet es der Arbeit von Gottes Haus. Als ich ehrlich und nach Gottes Worten die Wahrheit praktizierte und nicht mehr nach meinen eigenen Interessen strebte, hatte ich bei meiner Pflicht die Erleuchtung und Führung durch den Heiligen Geist. Ja, dank sei Gott. Dank sei Gott. Das Urteil und die Züchtigung von Gottes Worten vermittelten mir ein gewisses Verständnis von meinen satanischen Dispositionen. So konnte ich die Wahrheit ausüben und ein menschliches Abbild ausleben. Dank sei Gott. Dank sei Gott. Vielen Dank. Das war ein wunderbarer Austausch. Das war wunderbar. Das tat gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.